Urlaubszeit. Mein Freund Andreas Gotthard ist nicht da, deswegen fällt das Video über Stand und 3D erstmal ins Wasser. Aber trotzdem habe ich ein paar Tipps für euch. Wenn ihr besser werden wollt, verlasst eure Komfortzone. Geht raus aus eurem Trainingsprocours, von eurem gewohnten Gelände und trainiert das, was ihr nicht könnt. Okay, das ist bei mir eine Menge und deswegen bin ich heute hier in Mühlenborn, weil da geht es rauf und runter und das ist das, was mir fehlt. Das geht auch nicht nur für Feldschießen, sondern auch 3D. Wenn ihr in der Eifel seid und 3D trainieren wollt, fahrt ins Wolf Hotel. Da habt ihr ein Feld und ein super 3D-Parcours. Timo Wolf und sein Team freuen sich auf euch. Okay, und ich gehe jetzt mal ein bisschen bergauf, bergab schießen. Aber vorher nutze ich noch die Anschießanlage. Wir sehen uns.